Ohohoh! 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 Besser! 16! Haben wir gar nicht die 13 so Zeit! Oh Gott! Wow! Ohooohoh! Haw shoots! ас头 Das Reflink, das wir nicht überstehen können. Das ist das Schützenfest 2020. Das ist das Schützenfest, das ist das Schützenfest, das ist das Schützenfest. Das ist das Schützenfest. Das ist das Schützenfest, das ist das Schützenfest. Das Schützenfest, das Schützenfest. Das Schützenfest, das Schützenfest. Das Schützenfest. Oh, 96! Oh, 96! Oh, 96! Here we go! Wir sind jetzt bei 4 Minuten 10 Sekunden. Es ist definitiv die längste Fahrt des Abends. Sollen wir jetzt immer nach oben? Ich kann jetzt auch noch mal sagen, das sind bunte Lichter. Was? Bunte Lichter. Ganz viele bunte Lichter hier. Wir sehen das nicht. Das sind meine Füße, das sind Volkers Füße. Ungefähr 55 Meter nach runter der Fützeplatz Hannover auf den 486. Fützefest Hannover. Das ist neu. Mit der Gründer Stich. ... ... ... Das war der 3. Juli 2015. Ich bedanke mich recht herzlich für meinen 38. Geburtstag hier auf dem wunderschönen Schützenfest Hannover mit Volker Ingo Bartel und der USG Ahle. Es hat mächtig Spaß gemacht. Wie ihr seht, Aussteigen ist nicht gerade wirklich drin. Wir gucken nochmal kurz über Schützenfest Hannover. Das war's für heute Abend. Tschüss.